Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Marius. Ah, hi Marius. Also, das ist ja das gute Stück. Wolltest du das gute Stück sagen, dann sprech aber bitte das Wort auch zu Ende. Und warum begrüßt du mich eigentlich so nett? Danke. Also, Kabel werden dann schon mal entfernt. Was meinst du mit Kabel werden schon mal entfernt? Ah, Hilfe! Wie es dazu gekommen ist, erzähle ich euch später. Wer ist euch? Ich bin hier alleine und erzähl mir bitte jetzt, was du getan hast. Wo sind wir denn jetzt? Wie geht's? Also, mir zumindest geht's gut, aber ich glaube, Marius geht es nicht so gut. Egal, aber ne Frage. Dein Haus sieht ziemlich leer aus. Was ist denn da drin? Gar nicht viel hab ich gehört. Okay, aber dafür hat das Haus dann bestimmt auch nicht so viel gekostet, oder? Ähm, und die war auch relativ günstig. Günstig, Marius? Wolltest du günstig sagen? Du musst dir mal echt angewöhnen, deine Wörter zu Ende zu sprechen. Egal, das schaue ich mir jetzt einfach selber mal an. Hm, ich leg das Spiel mal zur Seite. Was für ein Spiel, Marius? Wodka, Wodka, Wodka. Ach, du grüne Neuner. Okay, ich leg die Verpackung mal zur Seite. Ah, Autsch. Das Beste kommt immer zum Schluss, deswegen... Wie, das Beste kommt immer zum Schluss? Oh, nein! Was steht denn in der Bedienungseinleitung? Ihr habt das Spiel sicherlich falsch gespielt. Kleingedrucktes. Du musstest die Bedienungseinleitung auch richtig rumhalten, du Scherzkeks. Äh, ach so. Und was steht jetzt da? Kleingedrucktes. Wo kam der überhaupt her, als ihr geboren wurdet? Irgendwas stimmt doch mit eurer Psyche nicht. Was ist mit dem Karton? Ich merke, es geht am besten wieder dorthin zurück. Was ist überhaupt in der Kiste drin? Ich hab da schon Ewigkeiten immer reingeguckt. Die Konsolen, die sind alle in der Welt. Okay, ich hinterfrage einfach nicht. Was waren das bloß für Kerle? Was war 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 das bloß für Kerle?